heute gibt es für euch die top 10 meiner münzen platz 10 aus großbritannien 1 penny von edward dem ersten aus der zeit von 1272 bis 1307 auf platz 9 aus dem königreich sachsen drei pfennige aus dem jahr 1793 in einer sehr sehr guten erhaltung auf platz 8 20 kreuzer aus dem jahr 1770 aus österreich mit dem bildnis von maria teresia auf platz 7 10 pfund aus großbritannien von 2018 mit dem roten drachen von wales dabei handelt es sich um eine fünf unzen silbermünze mit einer maximalen auflage von nur 750 exemplaren auf platz 6 noch mal aus sachsen drei mark von 1913 zur völkerschlacht bei leipzig in polierte platte ebenfalls mit einer sehr attraktiven patina auf platz 5 aus der weimarer republik 50 pfennig aus dem jahr 1922 geprägt in mulden hütten in polierte platte mit einer auflage von nur 333 exemplaren auf platz 4 noch mal aus der weimarer republik drei reis mark 450 jahre universität tübingen aus dem jahr 1927 aus stuttgart mit einer herrlichen gesamterscheinung und natürlich einem tollen motiv auf platz 3 5 reis mark von 1935 aus stuttgart aus dem dritten reich diese münze besticht durch die gute erhaltung und durch eine hübsche patina auf der wertseite auf platz 2 aus deutsch ostafrika eine rupie aus dem jahr 1890 aus berlin diese münze in einer prachtvollen erhaltung in tollem stempelt lands ein herrliches stück deutscher geschichte und auf platz 1 noch einmal fünf reis mark aus dem dritten reich dieses mal von 1939 aus berlin trotz der schrecklichen zeit des dritten reiches besticht diese münze durch eine wunderschöne regenbogen patina sowohl auf der wert als auch auf der bildseite und seitdem ich diese münze gekauft habe ist sie mein favorit in der sammlung auch wenn ich es manches mal nicht zugeben möchte aber diese münze ist einfach nur durch ihre optik durch diese herrliche patina mein platz 1